Musik Man muss dem Publikum das Allerbeste dieser Welt bieten, und das war meine Vorstellung, die Crème de la Crème der Musikwelt nach Grafenegg zu bringen. Musik 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 Ich finde, hier ist diese Architektur so gelungen, mit Alt und Neu, und es ist eine einmalige Geschichte. Ich bin bezaubert, weil die Location bezaubernd ist. Musik Die verschiedenen Spielorte, das Schloss, der Wolkenturm, das hat alles Platz dazwischen. Das kreiert ein sehr schönes Energiefeld, und das spiegelt sich ganz bestimmt auch in dem, was hier künstlerisch geschieht. Musik Die sind landschaftlich oder Landschaft oder Freiluft assoziiert, insofern haben wir da wirklich Gestalt in den Park gesetzt, die halt dann in gewissen Zeitabschnitten auch wirklich so ein Klanginstrument wird. Musik 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 Grafenegg ist ein Ort, wo die Schönheit der Natur in einem gemeinsam mit der Musik quasi wirklich eins wird. Und das ist doch etwas, was man nicht so oft trifft, nicht überall, nicht an jeder Ecke. Und das macht dieses Ort sehr besonders. Sosinuto, schau ich. Musik Es gibt nichts, was ich versäumen möchte. Und es ist auch faszinierend, die Vielfalt der möglichen Interpretationen zu erleben. Musik 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 Vielen Dank.